Willkommen bei uns in der Lobby-Stage hier beim University Future Festival 2024. Das UF wird ja veranstaltet vom Hochschulforum Digitalisierung und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und die Stil als Veranstaltungspartner ist also mit dabei und ich freue mich, dass wir jetzt hier einen Slot haben, wo wir mit einem Kollegen des Stils sprechen können. Eines der fachlichen Teams bei der Stil ist der Bereich Wissenstransfer, wo sichergestellt werden soll, dass die vielen innovativen Ideen, die an den verschiedenen Standorten produziert werden, nicht einfach so verpuffen. Und mit dem Leiter dieses fachlichen Teams spreche ich jetzt und wir wollen sprechen über das Thema, wie die Stil mit Wissenstransfer Knoten lösen will. Und ich freue mich sehr, dass bei mir ist Ivo Vandenberg. Hallo. Habe ich den Nachnamen richtig ausgesprochen? Vandenberg. Vandenberg, okay. Von mir lenne ich wahrscheinlich noch anders. Okay. Ja, und du hast mir was mitgebracht. Ich habe dir Knoten mitgebracht. Knoten, erzähl. Also wir haben, glaube ich, alle irgendwie so, das kennen wir ja, so Herausforderungen, wenn wir innovative Gestaltung machen, dann müssen wir fragen, wo müssen wir eigentlich anfangen? Und ich habe dann immer Knoten im Kopf und die Knoten müsste man eigentlich lösen. Und wir denken eigentlich so, das wäre eine schlaue Idee, wenn man das irgendwie gemeinsam tut. Und vielleicht hat an der einen oder anderen Stelle ist irgendwann schon mal ein Knoten gelöst worden. Und diesen Knoten kann man dann sozusagen, ja, also kann man übernehmen, was da gemacht worden ist. Also nicht wortwörtlich übernehmen, sondern sozusagen adaptieren. Und das ist so ein bisschen die Idee, also die wir da haben. Gucken, wie können andere Leute mit Seilen umgehen. Wie können andere Leute davon profitieren. Okay. Was bedeutet denn Wissenstransfer, wenn wir jetzt das nochmal so aufnehmen im Kontext von Hochschullehre? Wissenstransfer im Kontext von Hochschullehre ist was anderes als das, was man normalerweise unter Wissenstransfer versteht. Also ich glaube, dass wir, wir machen Wissenstransfer in einer Community und die Community ist zum Prinzip schon eigentlich in einer geschlossenen Einheit. Sie kennen, es sind irgendwie 250.000 bis 300.000 Gestalterinnen von Hochschullehren. Das sind Lehrende, das ist das Wissenschaftsmanagement und so weiter. Das sind 2,9 Millionen Studierende. Aber es ist insgesamt eine doch klare Community, die den Kontext kennt. Das heißt also, man muss nicht jedes Mal wieder sozusagen neu anfangen und den Kontext sozusagen neu erzählen, sondern der ist im Prinzip schon da. Und das ist etwas komplett anderes. Andererseits ist es auch so, dass wir eine hohe Fluktuation haben. Das heißt also, es gibt auch immer wieder die Nachfrage nach, was ist denn eigentlich schon passiert? Wo ist es schon passiert? Also so, dass immer wieder eine neue Generation kommt auch, die ja sozusagen nicht mitbekommen hat, was eine andere Generation oder an einem anderen Ort, an einer anderen Hochschule schon alles passiert ist. Und das Dritte ist natürlich, und das ist das ganz Wichtige, dass sozusagen die Community selbst eigentlich dieses Wissen produziert. Und insofern ist es eigentlich eher so ein Wissenschaftsmanagement eigentlich auch in einer gewissen Hinsicht. Das heißt, das Wissen schwirrt herum, es ist irgendwie da und ihr steht aber trotzdem vor der Herausforderung, irgendwie diesen Knoten des Transfers zu lösen. Genau, also wir gehen davon aus, dass sozusagen es helfen könnte. Also Wissenstransfer geht eigentlich typischerweise davon aus, dass es hilfreich ist, wenn man Informationen hat, die sozusagen darüber, zum Beispiel könnte man sagen, wen kann ich eigentlich kontaktieren, wenn es darum um Flip Classroom geht oder so. Wer ist das? Das wäre so ein Wissen, so ein Informationsbrocken. Und davon gibt es natürlich ganz viel. Geht aber auch um das Wissen um Prozesse und Prozeduren, Verfahren, Formate. Wie setzt man eigentlich einen guten Change-Prozess in Gang? Wie geht das eigentlich? Oder was ist eine gute Studieneingangsphase? Wie sieht die aus? Das sind so typische Sachen. Und natürlich auch die Konzepte, die dahinter stehen. Und ja, das ist so ein bisschen das, was wir da eigentlich versuchen. Dass das transportiert, dass das sozusagen von der einen Person zu einer anderen Person kommt, die es dann wieder weiterverarbeiten kann, die nachfragen kann und so weiter. Das wollen wir eigentlich erreichen. Also die innovative, sozusagen die innovative Gestaltung von Hochschullehrern vorantreiben. Und jetzt hast du eben schon gesagt, dass das Wissen ja in der Community verankert ist sozusagen. Wie bindet ihr denn die Community ein, um diesen Wissenstransfer zu gestalten, zu begleiten? Ich mache mal ein Beispiel, wo das, glaube ich, paradigmatisch so ist, wie wir gerne arbeiten und arbeiten würden. Und das ist das Wikipedia-Projekt. Also wir haben das Beiziel angefragt. Und das Beiziel hat für uns, also andersrum, wir gehen davon aus, Hochschullehrende haben viele Fragen. Und was sie tun, ist, sie googeln. Sie googeln einfach und wollen eine schnelle Antwort auf eine kleine Frage. Würde ich auch so machen. Wo landet man dann? In der Wikipedia. Also haben wir uns gedacht, es wäre ja schlau, wenn die Wikipedia Informationen bereithält zu Hochschullehrern. Weil das so ein erster Anlaufpunkt sein kann. Man könnte auch sagen, ein Knotenpunkt, von wo es dann wieder weitergeht. Also wo man dann sozusagen Neues machen kann. Und wir haben mit Beiziel einen sehr starken Partner gefunden, beziehungsweise hat Peter Riegler, der das übernommen hat, der das angeleitet hat, der das Projekt leitet, gemeinsam mit der Wikipedia-Community daran gearbeitet. Er hat 20 Expertinnen und Experten der Hochschullehrer zusammengerufen. Und die haben gemeinsam die bestehenden Wikipedia-Seiten überarbeitet oder auch neue erstellt. Und jetzt gibt es seit März ungefähr ein Portal Hochschullehrer innerhalb der Wikipedia, wo sozusagen Informationen auffindbar werden. Und dass das ganz gut funktioniert, sieht man daran, dass wir, ich glaube jetzt also über die Zeit von Januar bis Ende März, gibt es über 50.000 Klicks auf die einzelnen Seiten. Also das ist etwas, was wirklich nachgefragt wird und wo wir glauben, dass wir sozusagen da auch einen Input haben. Und die Idee bei uns oder unser Prinzip, das Handlungsprinzip, was man daran sieht, ist eigentlich mit, für und aus der Community. Das kommt da eigentlich ganz gut bei raus, dass wir uns eigentlich inhaltlich auch gar nicht einmischen, sondern das tun die Expertinnen und Experten. Im Prinzip, eigentlich auch ein bisschen das Prinzip der Wikipedia dann mit übernommen. Ja, total logisch, weil das ist ein gelerntes Format, da kenne ich mich aus. Und da kann ich dann einfach auch suchen nach, keine Ahnung, KI in Prüfung oder was? Genau, also zum Beispiel nach spezifischen Formaten, nach Vorlesungen kann man suchen. Man kann aber auch nach spezifischen didaktischen Ansätzen suchen, dass man sagt, wir haben hier zum Beispiel die Coding the Discipline. Wenn man nicht weiß, was das ist, aber das Wort man aufgeschnappt hat, dann findet man dort die mögliche Antwort und so. Das ist eine ganz gute Idee. Das ist aber nicht alles, was wir machen. Das dachte ich dir. Erzähl gerne noch so ein paar Beispiele, wie ihr diesen Wissenstransfer. Genau, also wir haben verschiedene Felder. Also wir denken, dass es auch darum geht, zu informieren, zu qualifizieren. Und dafür haben wir verschiedene Formate gehabt, auch mit dem HFD zusammen. Den Infopoint, wo es um digitale Prüfungen, also was schon angesprochen ging, das ist jetzt auch nochmal sozusagen erhalten geblieben, weil man das ja auch auf YouTube angucken kann, immer noch, und auch zu Grundlagenveranstaltungen. Wir haben mit Nell zusammen, haben wir eine ganze Reihe gemacht zu KI in der Lehre. Also beziehungsweise Nell hat das gemacht. Jeder genauso. Die Expertinnen und Experten machen für uns Weiterbildung und auch für geförderte Projekte. Also das ist ja auch etwas, was wir tun. Wir begleiten die Projekte, die durch Projekt oder innerhalb des Bereichs Projektförderung, du hast es genannt, vonstatten gehen. Die versuchen wir zu unterstützen, indem wir auch Weiterbildungen da anbieten. Und aus unserem Bereich sind dann die Weiterbildungen Evaluation gekommen, weil ja eine große Nachfrage danach auch ist, dass die Ergebnisse, wenn die dann irgendwann feststehen, dass die auch in irgendeiner Art abgesichert sind und so weiter. Darum Evaluation und Dokumentation. Also das ist ja, wie kann man eigentlich das, was man sozusagen im Projekt gemacht hat, wie kann man das so dokumentieren, dass andere das gerne wahrnehmen und lesen wollen. Also da in diese Richtung geht das. Genau, das ist so dieser Bereich. Und dann gibt es einen weiteren Bereich, den wir IT-Infrastruktur nennen, so in der Stiel. Und das ist auch ein recht großes Paket, weil wir haben das Problem, dass, wenn wir uns das angucken, das ist eigentlich das zentrale Problem im Wissenstransfer. Wenn wir an die Gestalterinnen und Gestalter von Hochschullehrern denken, wenn sie ihre Probleme lösen wollen, dass sie ja wissen müssen, wo finde ich das denn alles. Und das ist alles, also wenn, es gibt sehr viel im Netz, es gibt sehr viele Materialien, aber die sind dezentral verteilt. Also die einen Informationen findet man in dem Portal, die anderen in dem und die dritten in dem. Wie so häufig. Genau. Und jetzt sind die aber nicht zentral auffindbar, wobei natürlich das HFD hat da eine schöne Seite gemacht, wo man die alle auch finden kann eigentlich so. Aber trotzdem müsste man ja in jedem Portal einzeln nachgucken, was es da gibt. Und das ist etwas, was wir gerne verändern wollen, wo wir auch jetzt mit den Portalen zusammenarbeiten, mit vielen Portalen im Rahmen der strategischen Kooperation versuchen wir eine gemeinsame Sprache zu finden, also Metadaten eigentlich, um die Sachen zu beschreiben. Ob es jetzt OER-Materialien sind oder ob es um Lehrmethoden geht oder Rahmenbedingungen für die Lehre und so weiter. Wir wollen sozusagen das systematisieren, sodass die Inhalte auch ausgetauscht werden können unter diesen Portalen, sodass man schneller, dass die Gestalterinnen von Hochschullehrer schneller und zielgenauer das finden, was sie suchen. Gleichzeitig, und da fördern wir, das ist so ein anderer Bereich, den wir im Moment noch innehaben im Bereich Wissenstransfer, ist die Förderung von Portalen. Also wir haben acht Portale, die in einem wissenschaftlichen Prozess ausgewählt worden sind und die fördern wir auch, dass sie sozusagen diesen Content, den sie haben, anreichern, verbessern, sozusagen interoperabel machen, sich mit anderen Portalen vernetzen, um sozusagen das auch nicht zu doppeln, aber genau abzusprechen, worum es geht. Das ist, glaube ich, der wesentliche Part, weil auch da ist es wiederum, sogar wenn es auffindbar ist, muss ich ja immer noch irgendwie ein Qualitätsmerkmal haben. Also ist das denn hilfreich? Passt das auch in meine Situation? Möchte ich andere Personen ansprechen und ähnliches? Genau, und um das noch so ein bisschen vielleicht auch zu spoilern, weil wir sind ja schon eine Weile, glaube ich, auch dabei, es passt auch in diesen Rahmen IT-Infrastruktur und du würdest bestimmt danach fragen, sonst eine Projektplattform aufzubauen. Da möchte ich jetzt aber nicht kein Ankündigungsweltmeister werden und so, sondern wir sind dabei, wir entwickeln das enorm weiter und die Idee ist natürlich, dass man dann alle Projekte, die still gefördert sind, dort auffinden kann und auch die Lessons learned, was sie sozusagen mitgenommen haben, was sie weitergeben wollen, dass wir das da sozusagen platzieren. Mit einer guten Verschlagwortung wahrscheinlich. Mit einer guten Verschlagwortung und ähnlichem so. Das ist so ein bisschen der Bereich Wissenstransfer. Ja, jetzt wird für mich nachvollziehbar, warum das ein Fachbereich ist bei euch, wo sich jemand hauptamtlich darum kümmert tatsächlich. Wenn jetzt in der Community, du hast ja gesagt, da ist das Wissen verankert, jemand sagt, das ist mir auch ein Herzensanliegen, den Transfer zu gewährleisten. Gibt es da eigentlich auch irgendwie Möglichkeiten, dass man sagen kann, hey, ich habe Ideen, ich will mitmachen, ich möchte mich beteiligen? Zum Beispiel die Wikipedia-Community, die wird jetzt geöffnet. Also es wird weitere Workshops geben, sozusagen Wochenenden, wo Schreibretreats, wo geschrieben wird und wer daran teilnehmen möchte, der ist herzlich eingeladen. Also sich am besten an Peter Riegler oder wen auch immer, der übrigens auch gleich nochmal einen Talk hält, um das so ein bisschen umfangreicher darzustellen, wenden. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, man kann überall mitarbeiten bei allen Portalen. Die freuen sich sozusagen über den Input oder auch, und das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wesentliches, über sozusagen das Feedback oder die Qualitätskontrolle des ganzen Contents. Also ist der wirklich hilfreich für diejenigen, die ihn nachnutzen wollen? Und da braucht es ja wiederum Expertinnen und Experten, die genau das tun. Die haben wir mal Rückmeldung gegeben, ob das alles funktioniert, was ihr euch ausdehlt. Es klingt aber so. Es klingt erfolgsversprechend. Prima. Ja, vielen Dank, dass du uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast, wie ihr zusammen mit der Community die Wissenstransferknoten lösen möchtet. Sollen wir jetzt das da noch aufdröseln? Ja, das können wir, das machen wir gleich, aber wir können vielleicht nochmal so sagen, dass sozusagen diese Projekte, die Projekteplattform, dass die sozusagen die Idee beinhaltet, dass man sozusagen, wenn ein Projekt noch läuft, dass man dann schon währenddessen sozusagen da anknüpfen könnte. Das ist auch nochmal ein guter Ansatz, ja. Also möglichst viel und vielfältig, dass man mit denen gleich, während das noch läuft, auch in Kontakt treten kann, um sozusagen das so für sich zu adaptieren, für die eigene Hochschule, für den einigen Kontext bezunehmen. Da hat man hinterher nicht so viel zu tun. Genau, da hat man hinterher nicht so viel zu tun. Aber wir machen das da jetzt trotzdem. Damit du das sauber und ordentlich wieder zurücknimmst. Aber du hast da ganz viele Erfahrungen, stimmt. Sehr gut. Im Knoten aufdröseln? Ich bin ganz schlecht in sowas. Aber wir probieren es. Okay. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Bis später. Danke fürs Zuschauen.